Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch einen Kanal vor mit bereits 162 Abonnenten bzw. 163. Es ist so ziemlich der dritte oder vierte Pokémon-Kanal, wo ich euch hier vorgestellt habe und diesmal als allererstes, was natürlich einem auffallen wird, das ist das Wasser-Pokémon. Das müsste ein Wasser-Pokémon sein und Poké-Gan nennt sich der ganze Kanal. So, dann gehen wir jetzt mal drauf. Hier oben ist wieder das Symbol, dass man den Kanal als Benachrichtung haben kann, damit man die neuesten News sieht. Und am 28.11.15 ist er beigetreten und 1486 Aufrufe. Mein Name ist Justin und ich begrüße dich herzlich auf meinem Kanal. Hier wirst du hauptsächlich Videos zu Pokémon finden. Jo, das ist ja wohl jedem klar, denn Poké-Gan nennt sich auch der ganze Kanal. So, ja, zu meinen Leidenschaften zählen Gaming, YouTube-Mangas und Animus. Und so Animus, wie man sagen würde. Vielleicht sehen wir uns schon bald in einem Kampf wieder. Viel Spaß auf meinem Kanal. Da, mein Steiler, da hat er seinen ganzen Abonnentenanzahl, wann er die erreicht hat, hingeschrieben. Oh, Mann, oh Mann, das kenne ich nicht, weil ich da keinen Überblick drüber habe. Aber Respekt, wenn du überblickt behalten willst. So, du lädst so ziemlich, man kann sagen. Alle zwei bis drei Tage ein Video hoch nach dem Uploadplan, das finde ich recht gut. Ich, ja, hab's gehandhabt. Ich produziere die Videos meist vor und dann sieht man die dann einen Tag später, das Video von drei Tagen und so. Ich variiere das täglichen Video zum Abend und du alle zwei bis drei Tage. Ja, ist auch okay. Und die größte Beliebtheit ist vor drei Wochen erfolgt mit Legende oder Wahrheit. Pokémon Giveaway Samstag mit 227 Aufruhe. Das ist schon mega gut, denn mit YouTube allgemein als Gaming noch groß rauszukommen ist schwierig. Und die Gamerzene wird immer größer, größer, größer. Die kleineren werden immer niedriger in der Suchergebnis leistet. Ja, deswegen streng dich weiterhin an und produziere weiterhin tolle YouTube-Videos. Ich finde dein Videos wirklich unterhaltsam und ich war draufgestoßen durch einen anderen Pokémon-Spieler, sag ich mal. Oder YouTube-Pokémon-Spieler, wie man zu nennen möchte, der geschrieben hatte. Ich sollte dich mal vorstellen. Wenn du auch jemanden kennst, du bist du vorstellen, schreibst einmal in den Kommentaren. Ich stelle wirklich jeden vor. Ich bin auch wieder aus, Leute. Ciao, peace and out. Wünsche euch noch einen schönen tollen Tag. Tschüss.